Yeah, yeah, yeah! Weiter geht's mit der Befehlts, Mann! Nur ein kleines Bono-Video, der gute Kano hat mir gerade geschrieben, er hat noch eine Karte fertig gemacht und die spielen wir jetzt. Biatsch! Ohne Intro. Denn das ist nur eine Special-Folge. Oder so. Also, hier, gucken wir mal, der Kano hat hier eine Dings-Obstacle-Course gemacht. Er hat gesagt, ich soll mich kontrolliert bewegen mit dem Pokestick-Billy, als ob ich das könnte. Er meinte mit Taste nach oben. Aber für sowas ist mir viel zu lame. Pokestick-Billy bewegt sich nicht kontrolliert, Mann! Pokestick-Billy ist immer out of control, okay? Biatsch! So. Ja, okay, vielleicht sollte ich mir... Oh, scheiße, wieso... What the fuck? Was ist mit euch los? Bitches. Ah, ja. Ow, right in the ass. Na, komm! Nein, nein! Scheiße. Ja, voll in den Penis. Oh, und in den Arsch. Gott. Okay. Jawoll! Ach, deswegen kontrolliert bewegen. Ha, ha, ich check schon. Hat alles so seinen Sinn, ha? So. Wir haben ja den hier mal ordentlich mit dem Pokestick die Gedärme aus den Gedärmen pressen. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine mit Gedärmen aus den Gedärmen pressen. Kennt ihr das nicht? Wenn also eure Mutter oder ihr euch einen schönen Saft presst, ja? Ach, als hätte jemand von euch mal selber einen Saft gepresst. Also außer, ihr versteht schon, was ich meine, ne? Selber Saft pressen und so, ha? Scheiße. Ich muss das jetzt schaffen. Ich hab jetzt die extra deswegen die Special-Folge gemacht und wieder nicht Pokémon Diamant gespielt. Ach, übrigens, hier, ähm, wer war's denn? Oh mein Gott. War's, war's der Kunha? Warst du das? Ah! Äh, du hast auch gerade aufgehört Pokémon Diamant zu spielen. Ich weiß, dass du es nicht hast, aber es war verdammt lustig. Ich habe sehr gelacht. Ähm, ich komm hier nicht rüber. Vielleicht sollte ich es doch lieber mit, mit kontrolliert, kontrolliert springen versuchen, weil das sieht alles so ein bisschen Seerobben-mäßig aus. Und Seerobben sind generell ja recht cool und so. Aber irgendwie funktioniert der Scheiß hier nicht. Und gleich falle ich hier durch. Toll, jetzt habe ich ein Stück Arm am Pogo-Stick. Hä? Pogo-Stick? That's what she said. So. Oh, fuck. Oh Gott. Hölle. To fix. Oh, Geizgröte. Nesen, ey. Oh, nee. Komm nochmal her. Die Scheiße hier. Ach so, ich habe irgendwie an meiner Maus da im Bildchen. Das geht ja gar nicht. Und... Ja. Scheiße. Ich räume mich jetzt einfach rüber. Wie sollen wir es dann da hochschaffen? Na gut, ich habe es dann da hochgeschafft. Ja, ja, komm. Nein, nicht runterrutschen, du kleiner. Ja. Nein. Nein. Du willst mir jetzt echt sagen, da kommt man normal hoch, oder? Oder was? Wenn man hier einfach nach oben drückt, oder was? Ja, und ich drücke nach oben und es passiert dann gar nichts. Ach was? Ach, ich muss dann... Nee, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Sollte das wirklich funktionieren? Das funktioniert nicht. Diese Scheiße funktioniert einfach nicht. Ah, nein! Fuck! Das geht nicht, die Scheiße hier. Die Scheiße geht nicht. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Au! Aber nicht hauen. Man, ich komme da nicht weiter. Ah, ja. Geh halt dann da hoch, du dummer Pogo-Fick-Billy. Pogo-Fick-Billy. Nein! Ach, fuck! Ach, kommt schon! Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein! Hey, übrigens, geiles Wetter draußen. Falls es euch interessiert, ich kann ja gleich mal ein Video machen! Oder auch nicht. Gott, was ist mit mir los, ey? Ich bin voll auf Drogen irgendwie. Oh! Nein! Fick! Das ist echt... Entschuldigung, meine strong language, aber irgendwie kacke ich hier voll ab gerade, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja echt wohl nicht wahr sein. So. So, jetzt da drüber. Oh, ich schaff das nicht. Vielleicht nehm ich gleich nochmal ein Video auf, vielleicht auch nicht. Ich schaff das nicht. Das ist echt kacke. Das ist... Ich schaff das nicht. Wie geht denn das? Oh, mein Leg! Oh, mein Leg! Oh, mein Leg! Ist mir scheißegal, was mit dem Leg ist. I don't care, I don't fucking care. Oh, mein Leg! So, jetzt pass auf. Nein, nicht umfallen, nur wie du fällst um, was ich sag's dir. Oh, mein Gott! Wenn du nur so ein bisschen den Arsch erwischt, ist das ja nicht so schlimm. Oh, ganz easy hier, ne? Easy. Ist ein bisschen schwul, aber egal. Ja, ja, ja. Boah, voll mit dem Rücken. Oh, du Penner, ey. Ja, das zähle ich als gezählt. So, sehr gut. Danke für diese Matchblieger. Ja, ähm, ähm... Ich bin auch so blöd, ey. Äh, Kainer! Entschuldige. Schneide ich raus. So, also danke, Kainer, für die geile Karte. So, und, ähm... Jetzt, äh... Was machen wir denn jetzt? Ähm, was mache ich nebenbei? Können wir ein bisschen Kommentare lesen. Hier habe ich neue Kommentare. Ah, ne, eins. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Von, von Farfan. Ich liebe das Intro. Ja, ich mag es auch. Dankeschön dafür. Der Beat ist ja auch echt sehr nice. Äh, kann ich während der Aufnahme das Fenster hier größer drehen? Nee, kann ich nicht machen. Wir lesen jetzt mal ein paar Kommentare. Ich habe die meisten zwar schon beantwortet, aber... Ähm... Äh, ja, danke. Danke, da werden wir gleich mal antworten. Danke schön. Danke schön. Äh... Smiley face. Äh, ja, ich hätte auch gerne so einen Rollstuhl. Ich habe den ganzen Scheiß... Äh... Du irgendwann als Opa... Du irgendwann als Opa liegst auf der Straße und rufst Frontflip. Ja, das ist so. Der Opa, der ist nicht mehr ganz da. Also, der ist ja schon ein bisschen... Ja. Und ich so... Ich überlege mir gerade, wie das aussehen würde, wenn ich dann so im Rollstuhl irgendwie und vom Bordstein runter so mit einem Backflap, weißt du, so... Pua, Backflap, Frontflap. Und alle nur so, hä, was? Weiß den einen, den spaßt. Ähm... Was können wir denn noch machen? Wir können mal schauen, was geht denn so ab auf YouTube? Ähm... Ich habe schon lange keinen PewDiePie mehr geguckt. Äh, der hat irgendwas Krankes hochgeladen. Das würde ich gerne mal angucken. Da könnt ihr jetzt live dabei sein. Also, ähm... Wollt ihr wissen, was ich gerade nebenbei mache? Ich suche gerade die Musik raus für Snake... Äh, für's, äh... 14 Millionen Menschen. Auf, scheiß Werbung. Na, jetzt habe ich auch noch draufgeklickt. Mobilcom, Debitel, brauche ich nicht. Habe ich Cross-Vertrag, so mit Smartphone und so, weißt du? Äh, pass auf. Ähm... Also, ich arbeite gerade nebenbei an der... An der Musik für Päcki kommentiert, also bei PES. Und dann wird immer, wenn ein Tor kommt, kommt immer so Musik und das spiele ich ein. Und jetzt hört ihr, welche Musik dann kommt. Und zwar diese hier. Ja, das wird dann laufen. Und, ähm... Was schauen wir uns jetzt an? Madness, Continuous, Paranormal 2. Oh, das ist bestimmt scary, oder? Okay, ihr guckt das jetzt mit mir. Und wer sich als erstes erschreckt, hat verloren. So, jetzt scrollen wir mal hoch, damit ihr das Bild auch seht. So. Überspringen die Werbung, wenn es gehen würde. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen hier den Trailer an. Der Vater sagte immer, das ist der beste Job der Welt, bis auf alle Sachen. Ja, sagte das dein Vater? Ah, das sieht doch ganz interessant aus. Madman sagt mir gar nichts. Schon mal jemand was gehört? Ja, hallo PewDiePie, wir machen das jetzt mal ein bisschen leise, damit man mich auch noch versteht. Also, ähm, ihr guckt das mit mir zusammen. Ich bin bei Sekunde 01, hier seht's unten. Ähm, macht euch ready. Und dann gucken wir das jetzt zusammen. Und wer sich als erstes erschreckt, darf ausschalten. Oder wir schauen so lange, bis ich keinen Bock mehr hab. Und, drei, zwei, eins, los. Oh Gott, ich hab jetzt schon Schiss. Jeremy, es geht runter, Mann. Es geht runter. Äh, so, ich hab ein paar Informationen von dir, Brows, wie es länger dauert. Snake! Snake, was machst du, Mann? Stopp, Snake. Okay. Was passiert hier? Hey, wie geht's? Ich hab schon jetzt keinen Bock mehr. Ihr habt es ja bei Amnesia gesehen, ich kann mir sowas echt gar nicht antun. Irgendwie so, das ist mir alles zu, zu, zu krank. Sie klingt... ...klingt nett. Ich weiß nicht, was zu sagen. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ähm... Tryhardface. Was war das? Ich bin doch chillig, meine Freunde. Und, nicht mit mir in der Kuchen wieder, okay? Hachcha! Oh. Oh, was zur Hölle? Oder doch? Wahrscheinlich, wenn du ins Bett gehst, kannst du länger dauern. Das ist das, was ich gesagt habe. Oh! WTF? Da ist irgendwas umgeflogen. Was war da? Was war da? PewDiePie immer noch... Pass auf! Okay, da spricht irgendjemand. WTF? Ja, das war nicht deine Mutter, Mann! Warum stehen die auf einmal da oben? Das ist nicht cool. Du solltest jetzt auf dem Tablet sein. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Ich trinke jetzt wirklich mal einen Schluck. Oh, mach bloß nicht den Kühlschrank auf. Im Kühlschrank. WTF? Jeremy! Was ist denn los? Was zur Hölle? Was passiert hier? Ich trinke jetzt was. Nein! Nicht wieder! Ich kann mich nicht mehr! Was ist denn los? Oh! Wieso bewegt sich da alles? Bullshit! Bullshit, Mann! Okay. Ich bin so entspannt! Du hast etwa zwei Tage geflogen. Es ist verdammt. Ihr seid so krank. Ihr seid so krank. Und die Batterie oben geht gleich auf. Dann hat er kein Licht mehr oder was? WTF? WTF? Oh, ich würde nicht hochgehen. Also, wenn ich jetzt echt... Habt ihr Angst vor Geistern und so? Gespenstern und so'n Scheiß? Also, ich ja schon. Ich würde... Was? Was ist das? Herr Scheiß, sag mal was. Was? Ich kann mir so Psycho-Zeug immer nicht ankommen. WTF? WTF? WTF, Mann? WTF, Mann? Oh, nein, da... Pass auf, da passiert jetzt irgendwas krankes. Irgendwie springt die Tür auf. Was piepst denn da jetzt so? Alter, was ist da unten los? Ich bin so Pesta! Oh, scheiße. Oh, wie schön. Oh, die Batterie ist gleich hier. Pfff. Must. Sleep. Ignore. Hey, ich bin Fischi. Wie ist dein Name? Bachel. Oh, Gott. Jetzt schläft er? Oh, 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 oh. Ah, dann ist die Batterie aufgeladen. Ah, dann... Also, keine Nerven mehr, das. Oh, fuck. Warum stehen die da? Oh, was ist passiert jetzt? Warum fallen die um? Oh, scheiße, was kommt da? Oh, scheiße, was kommt da? Ach so, das war nur der Feueralarm. Ach so. Der Feueralarm. Ja, so ist das halt, wenn man einen Feueralarm hat. Deswegen hab ich auch keinen Feuermelder. Mein Alarm ist lauer. Weil Daniel, kann der nämlich nie angehen... Scheiße, scheiße, kein Rotter. Unglaublich. Ich dachte eigentlich, es wäre gruseliger, aber so gruselig ist es jetzt gar nicht. Also, irgendwie... Ich könnte den Feuermel und einen Feuern nehmen. Ich werde so viel Feuern nehmen. Oh, scheiße, Feuermel! Oh, das ist richtig. Ich habe alles gefeuert. Oh, scheiße, ich bin kein Feuermel. Gut oder was? Oh, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Machen wir was anderes, oder? Ja, meine Beuert. Ja, gut, ähm, wir können noch ein bisschen Happy World spielen. Machen wir noch mal eine Map hier. Mal wieder hinscrollen hier, damit Camtasia das richtig macht. Was haben wir denn noch vom guten Kano? Hat er denn noch irgendwelche Karten, die wir nicht gespielt haben? Nee, nur die zwei. Ja, dann machen wir nochmal, suchen wir nochmal Kill. Machen wir nochmal Kill. Irgendwas nur Kill suchen. Da werden jetzt tausende Maps kommen und wir spielen jetzt mal eine davon. Das Video dauert eh schon 14 Minuten. Wir hören jetzt auf. Bonus-Folge, viel Spaß damit. Tschüss.